Hi. Hey, ähm, ich hatte heute Morgen gar keine Chance. Du bist so früh los. Ich, danke, ich hab viel zu tun. Und ich hab gesagt, ich werde mir alle Mühe geben. Danke. Also, ich, äh, wollte die hier nur abgeben. Ich, äh... Ich hab nachgedacht, ähm, Wollen wir heute Abend essen gehen? Natürlich nach der Therapie. Ja, gern. Mia... Das muss Ihr Ehemann sein. Sei ihr. Nicht nötig, dass wir uns vorstellen. Wow.